Ja? Ja, ich weiß. Guten Goh, Mommet. Hey, lol. Ich warte. Ich warte. Der brennt, der brennt. Ach so. Loll. Boah, der hat die Alarm am Tor geklärt. Sollten wir da runter oder nicht? Ist jetzt die Frage. Komm mal. Ja? Wenn er mal kommen will, weißt du? Oh, das geht eine nice Explosion. Bumm. Hier unten hebt's mal alle Leichen hoch. Hebt's mal alle Leichen hoch. Du hast es zum Glück aufgenommen, finde ich so Hammer. Wir brauchen Boomer Kopf. Und verlaufen. Aber du hast es zum Glück aufgenommen, finde ich so Hammer. Wir brauchen Boomer Kopf. Ja, den Sound vom Mikrofon vielleicht mit aufnehmen. Was sonst? Scheiße. Schöner Schuss. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Nein, 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 zurück, zurück, zurück. Wieso rennst du da drinnen rum? Hoppala. Und das ist ein bisschen. Vielleicht an der eigentlich vorbeilaufen wollte. Sehr dumme Taktik. Ah, wo kommt das Vieh her? Lol. Lol. Äh, ah! Wer machst du? Unschuld. Ich muss grad furzen. Defining online warfare. Da hängt der meins noch. Ja, ach nee. Natürlich hängt das noch da. Alterloch. Das war grad geil. Char-char, ich würde hier von der Treppe weggehen. Okay, hat gesehen. No, no. Äh. Von hinten. Von hinten. Was machst du schon wieder? Alles klar, tut mir dauernd, weiß ich. Schemmer dreht mich mal auf den Scheiß und die Eile und dann so ne verpicke Kacke. Deswegen musst du schießen. Und dann schießen die Nahkampfer vor. Also tu mal mit so nem Ding da rum zu fuchteln, in dem Moment, wo der einfach nachlädt oder gar nichts macht. Dann in dem Fall siehst du schnell die Nahkampfer vor. Der Smoker hat sich selbst angefackelt an dem Ding hier und ist dann einfach explodiert. Na Mülltonne. Nein, Hilfe! Jockey! 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 Entfreck doch! Ich wäre aus Panik fast aufs Alarmauto gerannt. Ja, der geht wieder aus, das ist ja nur Feiermonie. Tja. Oh, ich hätte fast ab dem Witch geschossen. Fast für'n Zombie. Ich hätte grad fast Coach abgeschossen. Ja, den mach ich dauernd, weil der nimmt Zombie aus. Äh, Licht aus würde ich sagen, wenn du hier runter kommst. Egal. Scheiße, scheiße, scheiße. Klack sie an. Vorsicht. Oha, renn doch nicht mitten durch. Links und rechts stehen die Zombies, du rennst einfach mitten durch. Ja, was machen wir? Wir können da unten nix anfackeln, solange die Witch da ist. Wir müssen warten bis die abgehauen ist. Weil die steht sowas von scheiße da unten. Wir können keine Pipes werfen, gar nix. Scheiß drauf, ich mach an. Wollen wir anmachen und durchrennen, oder wie? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir werden dabei sterben. Wir verteidigen uns jetzt mal. Äh, wir werden nicht dabei sterben. Also ich nicht. Die Zombies, die können ja nicht durch, solange das Tor hier unten ist. Oh man, geh aus dem Lake. Weiß was? Wir bringen einen Bot dazu, sich zu killen. Wir bringen einen Bot dazu, sich zu killen für die Witch. Ich bin jetzt scheißegal. Und wie? Äh, siehst du noch grad, wie es geht. Lol. Lalalalalalalala. Hä, läuft? Ah, Mülltonnenfeuer. Trinken. Oder wir bringen die Witch dazu auf, das Mülltonnenfeuer zu laufen. Wenn sie, warte, dann müssen sie in unsere Richtung kommen. Warte, mach die Tutsu, mach die Tutsu. Scheiße. Nein, 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 weg da. Ja, die Bots. Oh, ey. Weißt du was? Ich mach einfach Go, schmeiß ne Pipe da raus und wir rennen durch. Äh. God damn it, it's close, 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 close. Nein, nicht an der Pipe vorbei, bist du wahnsinnig. Geh, 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 geh. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, es klinge Zombies. Nein, ich hab ihn getötet, ich hab ihn. Oh. Okay. Soll das ein Witz sein? Oh. Ja, die Witch dann einfach sowas von scheiße. Diese dumme Witch dann einfach so bescheuert. Willst du mich verarschen? Oh, yeah. Ja, hier ist ne Horde und hier ist kein Sniper, den sie zu haben. Was ich persönlich scheiße finde. Was ist denn da hinten überhaupt? Gar nix. Gar nix. Uncool. Den Mantam im Basie gefühlt. Wow. Genau, Bots. Schieß mir in den Rücken. Reloading. Motherfucker. Der verdammte KI. KI steht für keine Intelligenz. Genau. Das sah krass aus, eben. Was denn? Den muss ich dir zeigen, wenn ich so geladen bin. Das Zombie rennt hier oben. Ich knall's ab. Das Zombie rennt hier oben. Ich knall's ab. Das macht irgendwie so'n Sprung. Macht die Beine breit und springt dabei so runter und landet direkt neben mir. Okay, Leute, Leute. Was? Das ist besser, weil man noch vorhin wie der Körper zu mir hochgeflogen ist. Der halbe Körper. Ähm. Ja, die steht besser als letztes Mal. Die steht besser als letztes Mal. Wahrscheinlich wenn die Bots die jetzt irgendwie aufschrecken. das ist ein bisschen los. Ich bin ja nicht so gut. Ich bin ja nicht so gut. Ich bin ja nicht so gut. Oh! Oh! Hade, 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 hade. Kein Baum mehr gut. Kein Baum mehr echt gut jetzt. Werf! 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 Was machen die Zoppies? Ich bin genug die Idioten! Hört sich an, jetzt kommt noch was. Egal, hier liegt noch ein Medkit, sonst wer es braucht. Scheiße! Ich will den Molly nicht benutzen, neben Hank! Oh, Scheiße! Was denn? Ey! Diese bescheuerten Bots, ernsthaft! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Mach tot, mach tot! Ich muss nachladen! Diese bescheuerten Bots, ey! Echt, sowas von KI, KI Intelligenz, sowas von übertrieben, überschränktes, kann man sich nicht vorstellen, ey! Der Coach hat gelettet, das ist mir scheißegal! Ja, das ist KI halt, ne? Keine Intelligenz! Dumm gelaufen! Dumm! Einfach nur dumm! Ich hab nur 40 ver... Und ich höre einen Tank! Ich höre einen Tank! Also, hol sie raus! Oh nein, nein! Ich bin hier in den Raum eingesperrt und der Tank kommt! Ich sag's ja, uncool! Wo ist der? Wo ist der? Komm hierher! Dann springen wir hier runter, sobald ich ihn angefackelt hab! Oh, ich springe! Scheiß Mülltonne! Scheiße, er ist ganz nah! Er ist ganz nah! Er ist ganz nah! Wo ist der? Ich hab keine Ahnung! Der Boot... Ist der unter uns? Ihr alles, was? Was? little man gleich macht... partnereden Urteil... purple, hey... goals, Wieso nicht! ich kann ja nichts passieren noch kurz zu kommen du mal kurz zu werden so gut vor Ort Radio also Adrenalin haben wir bekommen ich würde sagen wir werden direkt durch oder wir müssen versuchen da kommen her wenn er besterben wir haben Alter du Sport im Boxen von einem anderen darum machst, komm ich hab grad auch nicht gut gepackt, irgendwie die Sau da, danke, schön toll gemacht Stau, ne Fight Bar! Wayne Starte einfach, wir rennen durch mit dem selben Molly Renn, 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 renn wenn die BOTS kapieren würden ich habe doch einen geworfen Geh, 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 geh. Geh durch, geh durch, geh durch. Ich bin schon fast da. Ich lau' ja schon, ich lau' ja schon. Ich glaub die war grad verschwendet, aber egal. Scheiße. Fade. Oh, 4, ah, 4. Egal. Ja, weil in der normalen Version geht ja der Alarm nicht direkt los. Ja, ja. Das ist die Light-Version, damit ich einfach durch bin. Was macht Zoe da unten? Willst du mich verarschen? Ah, schon, der Bierkopf hat ja noch Zoe. Ach du Scheiße. Wir hätten die Kultur der Brot schafft es. Ja, doch, sind wir verarschen. Ach du heilige Scheiße. Du bist doch ein Mensch. Haha, lol. Kann ja nur die deutsche Version gehen. Was ist los? Was ist mit deutschen Versionen? Nee. Ein Freund von mir ist jetzt grad noch bei mir. So. So. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Lol. Kommst U tas an mein Loic an für dich? Nee, lado. Mach den Leuten dann neu 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 ne. Ja ja, die halten mich dann für so nen Nazi oder so ne? Kommst du, der ist mir, der ist mir scheißнее. Und bin ich immer derjenige mit dem Molotow, ne? Ich nehm' Nö mehr das mit, was wir brauchen, weil die anderen immer das nehmen was sie wollen. Ohne Sinn für Team-Play oder sowas. Und ich nehm den Molly mit, weil er strategisch klug ist. Und ich nehm den Molly mit, weil er strategisch klug ist. Gegen den Tank. Naja, also. Ähm, lol. Guck mal, ihr klappt nen Arme natürlich. Ja, wenn die Tür aufmacht, fliegen die Leichen. Klatsch. Okay, mach alles tot. Natürlich. Oh, der Sturm. Scheiße, ist ja hier genau. Oh, der kommt von vorne. Hör zu. Oh, ich hab die Tür kaputt gemacht. Nein, nein. Boah, danke. Du kleiner Pisser. Du kleiner Pisser. Genau. Irgendjemand hat mich angeschossen, hat aber nix gemacht. Oh, lass weitergehen. Go. Hast du schon gedrückt? Ja, ich hab grad gedrückt. Heißt, langsamste Tor der Welt? Oh, das ist viel schneller. Als vor allem. Auf, go, go, go. Das andere geht vor allem in die andere Richtung auf, ne? Ich nehm die Pellen und nehm meine Atomalimi damit. I'll hold on the field. Explosive, Muni, aber die benutzen wir nicht, oder? Oh, Scheiße, auf, ne. Scheiße, heiße, heiße! Wadadadadada! Nein, 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 nein! Oh, war das knapp. Oh, Scheiße, es gibt Smoke. Ja. Ich glaub, wir können mich nicht mehr retten. Leg den Smoker oben und renn vom Tank weg. Die rennen gerade zwar voll in die Sackgasse, aber wir haben keine Ahnung, egal. Lass den Tank einfach abfackeln, was machst du? Boah, war das knapp, Alter. Das war sehr knapp, Alter. Mir egal. Zombie kommt, Zombie kommt. Ganz großer Zombie kommt. Das ist ein ganz großes Zombie, es kommt direkt hierher. Pass auf, das Alarmauto auf. Ich schiebe das, Alter. Da steht.